Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Gruß, noch ein Stück, noch ein Stück. Weg mit dir. Weg mit dir. Entschuldigung. Ja, ich muss das jetzt hier mit allen machen, weil die stehen hier alle richtig scheiße. Oh fuck. Ich muss erst mal in die Büsche. Ein bisschen pullern, muss ja auch mal sein. Der ist mit dir. Den Tüten muss ich mit Sprengstoff töten. Ist okay, ist okay. Das ist nicht schwierig. Es gibt nur einen Sprengstoff hier in diesem ganzen Gebiet. Wird rein. Wird rein. Ah ne, hier ist auch noch mal Sprengstoff. Der läuft ja immer in die gleiche Richtung. Aber es erinnert nichts daran, dass ich ein Problem haben würde, die Typen da zu killen. Ich muss ja auf jeden Fall alles drumrum weg haben, damit ich dann den Sprengstoff platzieren kann. Auf jeden Fall muss der Schütze da weg. Richtiger Pro. Er kann ja gerne aufmerksam sein, aber ich will ihm auch nicht helfen. Kriege ich den noch? Ich kann natürlich von der Entfernung ihn eventuell doch nicht treffen. Vergessen wir das. Okay, es gibt Sprengstoff an jeder Stelle, wo ich gerade welche umgenockt habe. Hier muss ich auf seinen Weg platzieren. Kompetenz ist hier noch eine schöne Kettenreaktion. Wie ihr schon seht Das muss nur klappen Oh shit, oh shit, oh shit Kommt der jetzt? Junge, komm jetzt her Das ist mir noch zu riskant Für die Union Was gibt dir dein Reis? Hilfe! Oh no Von jetzt an ist es so gut Von hier gibt es keinen Kommen Wir stehen zusammen, zusammen Stand with them, für die Union Was gibt dir dein Reis? Mach das nicht nochmal Jetzt kommen wir ran Ist irgendwie behindert im Kopf Ist irgendwie behindert im Kopf Peter der Starke Peter der Oberer Peter der Wichser Was ist das? Beachte mich du Stück Scheiße Oh Du was? Oh jetzt komm ran Du willst es doch Kann das sein, dass Eine Fasta die ganze Zeit Den Typen blockiert Warte mal irgendwie Ist hinter mir einer? Ne Junge Bist du blöd im Kopf? Komm her Das gibt's doch nicht Hallo Ich hab sie im Visier Fick dich Was ist mit dem denn kaputt? Sofort anhalten Verdammt Oh 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 Ups Okay Okay Habe ich mich beinahe fast selber oben gebracht Läuft Läuft Oh man Wie der auf einmal zu mir hingerannt ist Ich hatte richtig Schiss bekommen wenn ich das Ding nicht mehr treffe Aber das war doch irgendwie buggy Irgendwie war das buggy Na ich lieg noch gut in der Zeit Oh Was hab ich denn da für ein kleines Ding da erwischt? Hm Okay Dann machen wir das jetzt nichts ist Warte 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 auf mich Ah Danke sehr Immer diese netten Enden Das ist schlecht dass sie fast leer ist Ich hab sie noch extra aufgeladen Aber wirklich klappt das die so ganz wie sie es will Na los Das Problem ist ich hab nur ein Ladegerät und entweder Beziehungsweise das Ladekabel ist kaputt gegangen Von meinem Handy Und deswegen benutze ich das von einer Playstation Das Problem ist wenn ich das von meinem Handy wegnehme Dann ist das sofort leer weil ich ja die ganze Zeit Sofort nicht aber es dauert nicht lange Bis das leer geht Bis das leer geht Okay hier muss ich wieder Den spacken Leben zurückbringen Oh Oh scheiße er rennt er rennt er rennt er rennt er rennt Oh So jetzt kann ich den Rest erstmal killen Beide wird sich wie wieder bewegen Wie wieder in ihrem beschissenen Leben Das ist eigentlich so buggy Ich musste nur mal kurz umschubsen Dann macht sie nie wieder was Junge hör auf jetzt Ach erstmal plundern Ich hab's ja Da ist sie Oh my god Junge mach dich fertig Mit meiner Penta Combo So jetzt kommst du mal hier ran Frohlein Machen wir einen Spaziergang Was machen sie da? Stöhnen hier nicht so rum Kann ich die hier auch reinsperren Etwas Ruhe würde mich freudig stimmen Ich weiß Ich weiß dass Eberlein sie schickt Er ist mir schon länger auf der Spur Naja Die halbe Arbeit ist getan Er wird mich nicht lange festhalten Ich bin schon öfter wieder aus dem Gefängnis raus Als ich zählen kann Mich kann man nicht einsperren Das werden wir hier sehen Gell Dann hol ich dich immer und immer wieder Lass mich raus Lass mich sofort hier raus Falschei Mach die Tür zu Sieh du Wir können mir doch sowieso nix Alter Ich bin so auf Speed mit meinen Pferden hier Ja Könnt mir gar nix Schneller Ja Hallo Hallo Da bin ich etwas zu früh gerüftet So ich stehe schon mal einer richtigen Stelle Zack 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 Blöder Typ Blöden Typen ey Ich hab den Visier Ich glaube du hast mir auf mich geschossen Ist die gerade weggefahren Aber ich hab's geschafft Streit lustig Oh ja das ist sie BAU Ist doch schön ne Wie wir das hier einfach mal so nebenbei so langsam zack 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 Schaffen Schon schön Wie wenig hier einfach nur noch ist ey 16 Truhen 10 davon 2 davon Ja gut hier in diesem Gebiet eher ne Ich hab hier eher alles geklirrt Ich überlege auch schon die Anzeit ob ich hier nicht noch so ein paar Ob ich hier nicht auch so ein bisschen nebenbei mache Weil wenn die gegen Ende dann alles Das ist vielleicht zu viel Vor allem ist glaube ich das T Das ist ja komplett neu Und das D Aber das C Ich glaube das C das hatten wir schon ein paar mal Ja das C das hatten wir schon War das D vielleicht Ich glaube das hatten wir auch noch nicht Bin ich mir nicht so sicher Ähm Wie weit ist denn das jetzt entfernt? Oh 200 Ne komm Scheiße ich bin ja hier am Arsch der Welt Aber in der Nähe von einem anderen im Gebiet So gehört sich das Ah nein das ist immer kacke Ah ok nur die Rocks befreien Boah Scraggy Sheer Wichtig ist Die Wache mit den Rooks erst als letztes killen Weil die Rooks Totale Pussys sind und sofort sterben Heute Oh 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 Ach du Scheiße was Wie viele Speere gibt es denn hier? Heftig Und ich habe noch nicht mal die Rooks gesehen ey Ah doch, da rechts sind sie irgendwo Na, beweg dich nicht Komm, lauf jetzt auch noch hier Zack Ist doch ganz easy Also, ich bitte dich Okay, jetzt kommt keiner mehr Oh shit Auf dem Dach gammelt jemand Da oben ist auch noch jemand auf dem Dach Ich hasse die Dach-Gammle Geht so oft den Nerven Könnte so easy hier alles sein Oh, da hätte mich beinahe jemand gesehen Was ist mit mir, Fräulein? Machst du dir schon noch nicht mal die Mühe und rennt mir hinterher Kann ja nix werden Seist der Gefangene? So sieht in der so merkwürdig aus Wie du holst rum, weil ich ne Frau bin? Was ist das denn, ey? Wie ich sie alle einfach abmoxe Wenn sie nix mitkriegen Das ist einfach so feige Das ist einfach so feige mit dem Messer Das ist hier Hey, schnappt sie euch Wie hat ihr nichts zu suchen? Go Ich möchte den Schreiften Schreif sie ein Nein, ich brauch keine Hilfe Verpiss dich Oh, hoffentlich hab ich jetzt Alle gerettet Aber ich glaub, einer ist gestorben Ne, auch geil Da hätt ich ja noch mal Glück Das hätte echt in die Hose gehen können Ja, in dieser Aufnahme Wie viele Quäste haben wir schon gemacht Ein, drei Stück Drei Hauptquäste Und wir haben fast ein ganzes Gebiet gefreut Also ganz nebenbei Aber mit guter Abwechslung Also kann man sagen, was man will Ja, komm Wir machen jetzt ja eins der Buchstaben In der nächsten Folge Vielleicht auch zwei Weil ich glaub ja eins mit meinem Tempo Machen wir das D Damit das weg ist Und wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Haut rein Ciao